so und jetzt mal erneut hier gerade eben schon mal ne Aufnahme gehabt die ist aber leicht schief gelaufen auch schade dass der Hund gar nicht mehr dran so ich würde mal sagen Holz sammeln ja ja das sollten wir vielleicht überhaupt mal erklären was wir hier machen ja stimmt wir könnten mal kurz erklären achso options Recipe Mode wir spielen ja wie okay ich glaube bis wenn die Folge hier kommt also schon lange draußen noch lange nicht draußen die andere Folge vom Let's Play äh bla 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 einfach mal so ähm wir spielen Ticket Light in der Version 0.6.5 juhu jay mhm ähm soll ich dir ein bisschen helfen mhm das ist ein Apfel was hänker geht's nicht nein das geht bei dem Baum nicht oh doch nein das geht bei dem Baum nicht doch soll ich diese Folge mal so machen das wir immer so nach 15 Minuten ja das wäre für mich auch einfach mit dem Rennen dann mhm zur Begrüßung Abschied machen mach richtig mhm naja hast du Counter wie Moment den hab ich irgendwo den hab ich irgendwo den ich hab irgendwo einen ich hab einen macht der ein akustisches Signal oder jo jo mach der scheiß ah shit ich hab keine Wave Datei mhm naja Moment Moment dann ähm grabe ich mal hier meine Uhr aus ja das kannst du auch machen und ja dann werde ich irgendwie eine erstellen jetzt übers Wochenende mal dafür und haaa bevor ich vergesse so und dann startet der Kanton jetzt äh so okay dann musst du einfach sagen nach 15 16 Minuten jup so wo sind wir denn daheim weißt du nee ja du Lukas hier die der der die das Lukas wo ist das wieder im Dschungel ich bin auch im Dschungler war hier ist kein Lukas mehr ich bin auf dem Berg wo ich die Crafting Table hingesetzt habe auf dem Berg wo die Crafting Table gesetzt habe aaaah ich sehe einen Namen la 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 du kannst meinen Namen nicht sehen er ist unsichtbar packe ich das mehr als sterben kann ich nicht du kannst du es nicht du wüsst'n du wenn ich das jetzt wüsste äh nein ich weiß es natürlich nur irgendwie läuft der nicht wenn er laufen soll irgendwie im Wasser jetzt schon ähm ah da ja ich bin auf der anderen Seite runter gesprungen hier wenn du von dem Bosch wenn du von nein nach oben packst du es nicht nicht? nein du musst unten drunter auf den untersten Ast gehen links von dir ne rechts von dir ich hab mal versucht ok versuch's warte hier da ein bisschen Platz schaffen ich hab's grad so gepackt dann kann ich nämlich dann kann ich nämlich hier ein bisschen Anlauf nehmen warte neee sooo nein jetzt lauf ich nicht und wuuu au halt du fährst oh ich will nicht in die Richtung fast fast mhm wird das geklappt wenn man noch länger Anlauf genommen hätte? jetzt bleib du mal gleich mit Anlauf kannst du ich glaub drei Blöcke oder zwei ne drei oder vier drei ne vier ach egal wir brauchen sechs Wolle wieso knistern die Schafe eigentlich immer so? sorry mhm so hinten sind noch Schafe hier wo brauchen wir eigentlich unser Luxusdomizil? Alter ich treffe das Honig Wald Wald sieht doch gut aus und ich spiel noch nicht mal mit dem mit der Texture-Pack ah da hinten ist Wald da hinten ist Wald bist du auch in dem Wald? Apfel essen hinter dem Fluss? auf einem Baum schaut grad ein Enderman mhm ich bin in dieser Eindrichtung lol okay mein Schundenplan ist grad vom Rechner gefallen egal lol Zeit für lustiges Rätselraten warum ich bin doch ach da hinten bist du ich hab grad was super Phänomenales gefunden nein 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 doch warte 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 ja ja ich geh noch nicht rein ich fühle mich in den Eingang nicht ist das eines von diesen komischen Scheißdingern da? das ist eines von diesen komischen Scheißdingern die Scheiße sind? nein wo bist du? das ist eines von diesen Minecraft Vanilla Dingern so ne Scheiß wo bist du? ich bin am Eingang ich bin hier von diesem Dschungeltempel ah hier ist er hui he 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 ohne Scheiß wo bist du? ich bin noch unterwegs zu diesem Dschungeltempel der im Wasser ist naja an der Kiste wo Öl ist wo bist du denn jetzt? was ein Apfel? hier ich bin am Eingang ich geh mal runter nix der plische Schalter rum nein ich will das Schalter Rätsel machen aber mach du das Schalter Rätsel nein ich mach nicht das Schalter Rätsel immer du das Schalter Rätsel ok geht nicht das Kopfhut du hast den Schalter ungelegt der nix macht oh Lukas alter ernsthaft so au verdammt 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 ich hab das Schalter Rätsel gelöst hast du ist super Krankse Schwert kroppo kroppo und krankse Boots und Pistons die ich natürlich abbauen werde und Ritzen den Tertilly so weit es geht mitnehmen werde und dann mitnehmen werde Was war bei dir unten? Da war eine Page, Lakes, Knochen, Eisen, Sieben Gold. Ja, warte, äh, hier. Hm, die kriegt man von Villagern. Alles mitnehmen, was ich nie tun habe. Oh, es wird dunkel. Die ist bestimmt hübsch an der Wand. Aber gibt's hier überhaupt schon Itemframes? 1 für 7, klar. Lass mal hier drin bleiben und die Nacht aufwarten. Okay. Kann man in Öl ertrinken? Ja, du kannst in Öl ertrinken. Aber das unlogisch ist, wenn du brennst, kannst du einfach in Öl reinspringen und du hast gelöscht. Die Öl reinspringen, leider. Normalerweise ist ja doch Wuschflammen-Entfernung, ne? Am Stößen. Ähm. So, was red hier damit? Was wissen wir, guck ich noch mal nach. Ich geh mal den Ratz noch mal raus holen. Ich hab Bronzeboots. Boop. Haha. Das ist lustig, hier zu buddeln. Ja, du hast Bronzeboots. Das ist schön. Hä? Wie gehen die Leitung lang? Ja. Oh, hier. Ohhhh. Was ist? Jetzt hab ich den Blockum-Satze abgepacht. Idiot. Idiottenhunde. Ich hab zwei Dispenser, was hast du? Ähm. Von was ist das? Willst du auch ein bisschen minen? Ich kann dir eine Pickaxe geben jetzt. Nein, ich hab deine Pickaxe nicht nötig. Anscheinend ja schon. So. Nehmen wir die ganzen Moss-Stones mit, oder? Für was brauchen wir die? Warte mal. Was für die andere Frage? Treffsich. Ähm. Moss-Stones. Rechtsklick. Ahhhh. Sch-sch-sch-sch-sch. Aufschrauben. Einfach in den Rezeptmodus, Junge Maston, Rechtsklick, man kann Zäune draus machen, man kann sie kleinschneiden Ich hasse dich, man kann... Mäh, meh, nee, gar nix draus machen Und wenn man sie braucht, wir haben immer noch die Schade auf Menimum Nee, genau Wie kriegt man eigentlich die Löcher in die Steine rein? Löcher in die Steine reinmachen Das geht folgendermaßen Du brauchst erstmal Hollow Most Stone Covers Ähm, die kriegst du, indem du Hollow Most Stone Panels durchschneidest Die kriegst du in Hollow Most Stone Slabs durchschneidest Und die setzen sich wieder zusammen aus Hollow Most Stone Covern Die man aus Hollow Most Stone Covers Covers macht, die aus Slabs gemacht werden Die Slabs werden wieder aus 2 Hollow Most Stone, ähm... Du hast keinen Plan Ich glaub du brauchst irgendeine hydrauliche Presse dafür, dass du die da durchpresst irgendwie und dann... ach... Das geht nicht, das steht da einfach nicht Nein, weil das mit einer Maschine gemacht wird, das ist genauso wie... Nicht mit einer Couples Stone Moment, ich guck mal grade... Gibt's hier... Ist das hier drin oder ist es nicht drin? Ähm... Ich geh jetzt hoch Ehm... Hier geht's hoch Was hast du gesagt? Nachtabraten, ne? Ja. Der andere ist ja, der Fluss ist, ist deine Ente. Was? Ein gedüngend dingend da. Ein Hühnelchen. Puck mir aus. Alles beobachten. Alter, guck dir das an, ey. Das kannst du sauber beobachten. Ja, ja, ich weiß das. Das ist voll der Baum. Aber ich find, da ist die aussicht besser hier in dem Fenster. Das war mit Absicht. Das war mit Absicht. Ja. Rubbertree. Ey, komm, lass Pincakeses machen. Geh da weg, ich will auf, lass craften. Dann crafte doch was. Ah, Dagen. Viel Spaß. Hallo, ist das für die Idiot. Da ja meine Maus war. Oh. Warte, ich hab ne Idee. Warte mal, warte mal, warte mal. Was wollte ich kaputt? Mal genau das da. Und... Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Und... Wow, hallo, Skeletti. Na? Klettern wir doch mal hier runter. Mama! Bitte, mach du den Rest. Ich wollte gerade ansetzen. Da habe ich mich bereits angesetzt und den ersten Schritt gemacht. So. Oho, ich hab alles aufgesammelt. Gut. Oho, ich hab nur ein Stack. Ich hab, äh, ein und ein paar bisschen mehr. Ich hab ein Stack und vier. Ein Stack und 61. Du weißt, dass wir das alles nachher noch transportieren müssen. Äh. Ich nehm mal das da raus. Alter, hast du gesagt, ich kann mal wachsen lassen. Ja, die brauchen nur verdammt Arschlange. Ausgetestet? Ja, ich hab im Forum nachgelöst. Ja, das hat mir ausgetestet. Wir wollten die 3x3 und 1 sind. Wollten wir den auch mal wachsen lassen. Ja, wir wollen mal gucken. Wir testen es einfach mal aus. Wir haben ja... Robber Saplings, hab ich. Ja. So, ich geh mal noch ein bisschen fällen. Ich hab nur noch zwei Exes gemacht. Alles klar. Fusch, geht gar nicht. Ähm. Los, hinfort. Ähm. Verdammte Schese. 14 Minuten. Ach, ich darf jetzt nicht die ganze Zeit die Zeit ansagen. Das ist so. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir 3 von der Aufnahmepause. Und sehen uns dann in die nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.